In der heutigen Folge geht es um einige wirklich brisante Entwicklungen in Bezug auf Megan Markeles laufenden Rechtsstreit gegen Samantha Markele. Wie Sie sich vielleicht erinnern, reichte Megan Anfang des Jahres eine Verleumdungsklage gegen ihre entfremdete Halbschwester Samantha ein, weil sie in Interviews und in sozialen Medien verletzende Kommentare abgegeben hatte. Nun, gestern nahmen die Dinge vor Gericht eine schockierende Wendung, als neue Beweise auftauchten, die mehreren Behauptungen von Miggans Anwälten völlig zu widersprechen schienen. Als dieses vernichtende Filmmaterial von Samantas Verteidigungsteam präsentiert und im Gerichtssaal abgespielt wurde, brach Megan Augenzeugen zufolge veroffensichtlicher Schuld und Frustration in Tränen aus. Kommen wir zu den Details. Zur Erinnerung, einer der Hauptvorwürfe an Miggans Klage war, dass Samantha eine Beziehung mit ihr aufgebaut habe, um von ihren königlichen Verbindungen zu profitieren. Sie malte ein Bild von sich selbst, wie sie sich kaum kannten. Samantha argumentiert seit langem, dass sie sich in ihrer Kindheit sehr nahe standen. Da ließ Samantas Rechtsbeistand eine Bombe platzen, er nahm in den 1990er Jahren heimlich Heimvideos aus Miggans Elternhaus auf, in denen Megan und Samantha, damals Teenager, bei läufig Zeit miteinander im Hinderhof verbrachten. Die Clips, die Samantas Team legal von einem alten Freund der Familie erhalten hatte, zeigten deutlich, wie Megan und Samantha freundschaftlich und schwesterlich miteinander umgingen, Spiele spielten und über Jungen und die Schule tratschten, typische Bindungsaktivitäten zwischen Familienmitgliedern. Man konnte den Schock auf Miggans Gesicht erkennen, als diese Kindheitserinnerungen plötzlich auf der Leinwand im Gerichtssaal lebendig wurden. Ihre Maske, Samantha hätte nichts von ihr gewusst, zerplatzte vor ihren Augen. Für Megan wurde es jedoch noch unangenehmer, als das Filmmaterial zwanglose Gespräche zeigte, in denen sie Samantha mehrmals als ihre Schwester bezeichnete, direkte, unwiderlegbare Beweise, die die Kernerzählung ihrer Klage erschütterten. Als Samantha das Anwalt triumphierend Pläne ankündigte, Dutzende weitere Stunden ähnlicher Clips aus dieser Zeit abzuspielen, löste der Stress über den Verlust des hochkarätigen Files Megan am Tisch des Klägers unkontrolliert schluchzend aus, was ihre eigenen Taten und Worte aus der Vergangenheit offensichtlich direkt ablenkte, widersprach der zentralen Prämisse ihrer Multimillionen-Dollar-Klage. Alle Behauptungen einer Scheinbeziehung lagen in Trümmern und wurden dem Richter und der vollbesetzten Zuschauertribüne zur Schau gestellt. Samantas Anwalt verblüffte dann das Gericht, indem er die Abweisung des gesamten Verfahrens forderte und Meggans Klage als einen finsteren Versuch einer Belästigungskampagne und einer Verleumdungskampagne bezeichnete, um sich durch Ruhm zu bereichern. Sie hatten unwiderlegbar bewiesen, dass ihre Behauptungen unwahr waren. Der Richter verschwendete keine Zeit damit, einer sofortigen Entlassung zuzustimmen und trügte Megan dafür, dass sie mit solch eindeutig widerlegbaren Behauptungen ein Verfahren eingeleitet hatte. Es wurde eine strenge Warnung vor Meinheit und möglichen Strafanzeigen ausgesprochen, wenn sich herausstellte, dass es sich um einen böswilligen Rechtsstreit handelte. Zu sagen, dass königliche Beobachter und Rechtsanalysten von diesen Ereignissen schockiert sind, ist eine Untertreibung. Die meisten sind sich einig, dass diese demütigende Gerichtsniederlage sowohl finanziell als auch für Meggans künftige Glaubwürdigkeit verheerend ist. Ihr Rufmord an Samantha scheitert völlig. Es scheint, dass die Herzögen es besser hätte wissen sollen, als zu versuchen, die Geschichte neu zu schreiben, denn alte Heimvideos haben eine lustige Art, unerwünschte Wahrheiten irgendwann wieder ans Licht zu bringen. Ich bin mir sicher, dass sie es jetzt bitte bereut, einen Rechtsstreit geführt zu haben, anstatt die Dinge privat zu klären. Teilen Sie mir Ihre Meinung zu dieser äußerst dramatischen Wendung der Ereignisse mit. Eines ist klar, Sie sollten niemals einen entschlossenen Angeklagten unterschätzen, der über vernichtende Beweise aus ihrer eigenen Vergangenheit verfügt, eine Lektion, die Megan hier offenbar auf die harte Tour gelernt hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.